Hallo zusammen, wir schauen uns ein weiteres Anwendungsbeispiel zur Primfaktorenzerlegung an. Die Zahl 300 wollen wir versuchen zu zerlegen, mit Hilfe der Primfaktorenzerlegung. Wir wissen, wir brauchen unsere Primzahlen, wir kennen sie schon mittlerweile. Primzahlen sind Zahlen, die ich nur durch 1 und sich selber dividieren kann. Also 2 ist die erste Primzahl, die es gibt, 3 die nächste, 5, 7 und so weiter. Bei der Primfaktorenzerlegung beginnen wir immer mit der kleinsten Möglichkeit. Die kleinste Primzahl ist 2. Wir überlegen, können wir unsere Zahl durch 2 dividieren oder nicht? Ja, das geht nach der Teilbarkeitsregel für 2. Eine Zahl ist durch 2 teilbar, wenn die Einerziffer 0, 2, 4, 6 oder 8 beträgt. Ist der Fall. 300 geht durch 2 teilen. Wir können das sogar im Kopf machen. Das ergibt 150. Okay. Weiter geht es wieder mit der Überlegung 2. Wir überlegen so lange mit 2, bis es nicht mehr geht. Kann ich 150 durch 2 teilen oder nicht? Na, geht nach der Regel natürlich wieder. Und das kann ich wieder im Kopf. 150 durch 2 ergibt natürlich 75. Okay. Wenn es nicht geht, muss ich eine Nebenrechnung ganz einfach machen. Wäre auch möglich. Wieder kann ich 75 durch 2 teilen oder nicht? Na, geht in diesem Fall nicht, weil die Einerziffer keine 2, 4, 6, 8 oder 0 ist. Ja, außerdem ist es eine ungerade Zahl. Das heißt, 2 scheidet aus. Ich nehme die nächste Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit wäre 3. Kann ich 75 durch 3 teilen, wann ist eine Zahl durch 3 teilbar? Wenn ihre Ziffernsumme durch 3 teilbar ist. Ziffernsumme, das heißt, ich rechne 7 plus 5. Das ergibt 12. Kann ich 12 durch 3 teilen? Ja. Dann kann ich 75 auch durch 3 teilen. 75 durch 3, entweder Nebenrechnung oder im Kopf, ergibt 25. Weiter geht es wieder mit der 3. Kann ich 25 durch 3 teilen? Wie groß ist die Ziffernsumme von 25? Die ergibt 7. 2 und 5 ergibt 7. Kannst du 7 durch 3 teilen? Nein. Somit kannst du 25 auch nicht durch 3 teilen. Geht nicht. Nächste Primzahl, die wir kennen, wäre die 5. Kannst du 25 durch 5 teilen? Ja, das geht. Weil die Teilbarkeitsregel von 5 lautet, eine Zahl ist durch 5 teilbar. Wenn die Einheitssiffer entweder 0 oder 5 ist. Ist hier der Fall. Wir können durch 5 dividieren. 25 durch 5 ergibt 5. Weiter geht es logischerweise wieder mit der 5. Kannst du 5 durch 5 teilen? Ja, kannst du 1 bleibt übrig. Und somit sind wir mit der Primfaktorenzerlegung schon fertig. Wir können das Ergebnis anschreiben. 300 kann ich als Produkt von Primzahlen anschreiben, indem ich sie einfach multipliziere. 2 mal 2 mal 3 mal 5 und mal 5. 300 zerlegt in ein Produkt aus Primzahlen. Fertig. Es kann sein, dass du dieses Ergebnis in Potenzschreibweise anschreiben musst. Wenn du das brauchst, ist das auch nicht schwer. Wer das nicht braucht, ist hier schon fertig. Die anderen, die du es noch brauchen, du hast wie viele Zweier? 2. Also schreiben wir 2 hoch 2. Die Anzahl der Zweier. Mal du hast 1 und 3. Also brauche ich keine Hochzahl. Mal 5, wie viel Fünfer hast du? 1, 2, also auch hoch 2. Das heißt, in Potenzschreibweise wäre die Zahl 300. 2 hoch 2. Mal 3. Mal 5 hoch 2. Produkt aus Primzahlen. Mit Potenzschreibweise. Okay, alles klar? Alles klar?